Hey Freunde, hier wurde noch ein Serienfil dazugeschickt von der Serietur NARFMAN. Schaut man gleich auf die Flasche von Charlie. So, können wir uns schon sehen. Hier ist ein bisschen weniger drin, dann ist ein paar mal mehr drin und dann geht es alt hin und her. Das ist ganz oft in Filmen oder Serien. Ist ja klar, wird ja mehrmals gedreht, aber trotzdem. Wenn man darauf achtet, dann ist es schon ganz witzig. Geht denn auch Filme oder Serien, wo das so gewesen ist? Oder andere Serien oder Filmfehler? Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht. Untertitelung des ZDF, 2020